Ich ahne Böses. Gehen wir mal weiter. Rein in den Tempel. Soll ich dahin als Loch springen? Ja. Ah, toll. Immer die kleinsten Lücken sucht sie sich aus hier. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Knappe Angelegenheit. Soll ich jetzt vor den Aalen auch noch in Deckung gehen oder wie? Oh, verdammt. Geh weg von mir. Arschloch. Ich geb dir ins Gesicht. Arschloch. Ein Weg zur verborgenen Stadt. Das sieht ja richtig cool aus hier. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Na, wer hätte das denn sonst gebaut haben sollen? Wäre ja kurios gewesen. Tauchen. Ich will den Eimer aufmachen. Oh, Gold. E drücken. Drück doch E. Geht doch. So, ich denke mal, da müssen wir hoch. Ah, okay. An die Wand ranzpringen. Okay. 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 Jonah, falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg, bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist ein bisschen wie ein Mechanismus hier neben mir. Okay. Die sehen nicht glücklich aus. Die sehen nicht glücklich aus. Das war auch eine scheiß Pose. Die mit dem dicken Stamm habe ich genug gesammelt. Oh, Fledermeise. Ach, da war ich ja eben. Okay. Okay. Prüfung des Adlers. Soll ich jetzt fliegen lernen, oder wie? Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung. Dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kuss bleibt fest. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Oh, ein neues Basislager. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt hoffe ich aber. Was noch? Antworten. Ich erwarte Antworten zu finden. Kann ich ein bisschen was upgraden? Nein. Oh, ärgerlich. Das tut bestimmt weh, wenn ich dagegen komme. Das tun wir gleich. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, nochmal ein bisschen was lernen hier, ne? Oh. Ja. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. Oh ja! Oh ja! Wäre eine Leiter, wenn's richtig herum wär. Ich muss die Maschine in Gang setzen. Ich muss runterklettern. Ich muss runterklettern. Ich muss runterklettern. Ich muss runterklettern. Nee, da hört das nix. Wie krieg ich denn jetzt das Seil da ran? Ich muss doch das Seil da bestimmt dran kriegen. Hm. Muss ich da vielleicht rüber? Okay, ich muss da rüber. Mann, 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 die haben sich was einfallen lassen hier. Okay, jetzt dürfte das gehen. Jawoll. Sieht vielversprechend aus. Ah, da muss ich jetzt ran springen. Okay, dann einzubringen. Goh! Stopp! Geschafft. Okay. Gucken wir mal, das war die nächste Ebene. Freischalten. Ich muss irgendwie nach draußen. Na, hopp, hopp, hopp. Ah, Glück gehabt. Ich muss die Mittelsäule erreichen. War das jetzt schlecht oder war das jetzt gut? Ah, ich weiß es nicht. Das könnte klappen. Oh, Glück gehabt. Jetzt ruhr dich. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Verdammt, das funktioniert nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ah, scheiße, verstanden immer von vorne, okay. Dann muss ich einen anderen Weg finden. Ich muss den Griff irgendwo festmachen. Ja, das hält. Ah, ha. Okay, okay. Jetzt mal die nächste Ebene freischalten. Jetzt dreht sich die Seite. Nein! Verdammt! Ich bin voll dran vorbeigesprungen. Ärgerlich. Und einen neuen Versuch. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Okay, wir brauchen also einen anderen Weg nach oben. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Äh? Verdammt! Ja. Tja. 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 Ob das der richtige Weg jetzt ist? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Wichtig. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Was war das denn jetzt? Hm, ärgerlich. Okay, auf ein neues. Okay, also ein bisschen da hoch, dann da hoch, dann probieren wir es nochmal. Knapp, fast wieder verreckt. Oh, also wir müssen hier hoch. Ah, die habe ich nicht gesehen. Hier kannst du dich einhaken. Oh, sehr nice. Ich bin oben. Also jeder, der es mal nicht gesehen hat, ich bin oben. Und weiter. Okay, wo geht es weiter? Nein. Boah, verdammt. Boah. Knapp. Knapp, Alter. Okay. Wir müssen wahrscheinlich auf diese Plattform. Oder, wo sollen wir denn hin? Ach, da seien wir. Von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Oh. Sehr schön. Jetzt darf rüberschwingen. Ey. Kann man nicht rüberschwingen. Ah. Ah. Vorsichtig. Schüsse. Na, hopp, hoch, hoch, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, stell dich nicht so an. Puh, knappe Angelegenheit. Hm, unmöglich, ich kann nicht mehr tragen. Laufen, lauup. Nur das ist ja langweilig. Okay, ich glaube, da sollte ich nicht runterfallen. Gehen wir erstmal hier lang. Öffnen wir das und gehen hier hoch. Nö, gehen wir nicht. Hier gehen wir hoch. So, und wofür ist das? Ach, wenn ich zurück will, oder was? Okay, wenn ich zurück will, wahrscheinlich. Machen wir erstmal wieder das Inventar vollen, dann können wir hier mal ein bisschen Holz wieder mitnehmen. Oh, da kreisen schon die Geier. Ja. Nicht gut. Und noch ein Basislager. Möchte ich jetzt mal Inventar? Äh, Fähigkeitspunkte? Ja, einen kann ich aber nicht brauchen. Verdammt. Dann gehen wir mal direkt weiter. Nehmen die Federn mit. Oh, verdammt. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Das war knapp. Nein, das war zu kurz Verdammt Jetzt schrei doch nicht rum bevor es überhaupt vorbei ist Ich muss vorsichtiger sein Nein Oh, schluss Ich muss weg Alles geht nach Das war knapp Das war knapp